Für Ihre Herausforderung in der Kommissionierung im Bereich E-Commerce und E-Fulfillment bietet Grenzebach die richtige Antwort. Unser Goods-to-Person-System setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen. Zum einen dient ein L600 AGV den Warenträger am Pickgate an. Der Mitarbeiter kommissioniert, geführt durch ein Pick-by-Light-System die Ware aus dem Warenträger und verbringt diese in die Put-Wall. Anzahl und Lokation werden dort durch ein KBS-System indiziert und dem Mitarbeiter visuell dargestellt. Unser optional erhältliches BES Warehouse Execution System unterstützt Ihre Lagerprozesse und steigert die Effizienz in Ihrem Kommissionierprozess. Selbstverständlich sind Ihre Mitarbeiter durch ein durchgängiges Sicherheitssystem bestens geschützt und alle Komponenten können ergonomisch auf Ihre Mitarbeiter angepasst werden. Die Firma Grenzebach entwickelt schon seit längerer Zeit den Bereich der Virtual Reality-Technologie, weil wir frühzeitig erkannt haben, welchen Benefit das für unsere Kunden hat. Schon in der Projektierungsphase besprechen wir mit unseren Kunden die Anlage in der virtuellen Welt und der Kunde hat die Möglichkeit, die Prozesse, die Ergonomie schon früh zu prüfen, ob das dem entspricht, was er sich vorstellt. Wenn dann die reale Kundenanlage beim Kunden aufgebaut wird, können wir schon frühzeitig starten und die virtuelle Zelle dem Kunden zur Verfügung stellen, wo er sein Bedienpersonal die ganzen Abläufe üben lässt. Das bedeutet, dass unsere Kunden die ganze Schulungsphase schon vorverlegen und somit Zeit und Geld sparen. Ob Bestandsgebäude oder Neubau, wir projektieren Kunden individuell oder bieten standardisierte Lösungen, die kurzfristig für Sie verfügbar sind. Sprechen Sie uns an!